Äh, nicht genug Geld. Ja, das ist meistens das Problem. Wieso hatte ich denn noch den Nickbrechen nicht aktiviert? Hm. Ersetzt die Garote. Sehr schön. Ähm. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben noch eine... Ah. Schön. Danke, Jungs. Ähm. Ich mach mich dann mal ab. Ähm. Wohin auch immer. Wenn ich Glück habe. Oder auch nicht. Okay. Ja. Ach so. Verhaftet. Okay. Immer noch besser als... ...dass die anderen irgendwo landen. Hm. Warte, sind die anderen verhaftet worden? Oder sind die einfach nur wieder aus meinem Team geflogen? Die sind schon wieder aus meinem Team geflogen. Äh. Ja, zum Team hinzufügen. Schön. Hab ich wieder... Was ist hier los? Was ist hier los? Ah. Immer noch ein Angriff? Oh, oh. Äh. Die sind schon beide in einem Kampf verwickelt. Verflucht. Da muss ich wohl irgendwie mal hin. Obwohl, Moment. Ich bin, glaub ich, in die falsche Richtung unterwegs. Nein, gar nicht. Ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Ähm. Hier. Polizeiwagen. Muss doch schnell sein, oder? Gib mir mal Gas. Was ist hier? De, 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 de. Komm, hopp. Ich greife an. So. Dann schlagen wir da mal die Angreifer zurück, damit ich mir nicht mal auf den Geist gehen. Ähm. Oh, Mensch. Irgendwo hier... ...müssten ja dann langsam mal sein. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Müssen wir hier irgendwo oben sein? Ah. Okay. Schön. So schnell geht's, wenn man nur mal kurz vorbeiguckt. Ähm. Dann... Wo war denn hier noch? Das sieht so aus, als wäre er da. Genau. Ja. Schön. Schön, schön. Jums. Danke. Danke. So. Hätten wir das geklärt. Wie wär's, wenn wir mal Richtung dem roten Punkt da vorne fahren? Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Was das sein soll. Äh. Ah, ein Brand legen. Mhm. Habe ich überhaupt einen Brandstifter? Ich glaube, ich hätte doch... Warte mal. Den Dynamit und Brandstifter. Das war doch... Das ist ein Killer. Da war was. Was haben sie hier denn noch? Okay. Räumen wir den Laden mal aus. Knack ihn. Soweit es hier eben was zum Ausräumen gibt. Ähm. Ach, die anderen Jungs sind ja noch am... Hm, hm, hm. Okay. Die sind noch am Verteidigen. Deswegen kann ich die gerade nicht mitnehmen. Sonst hätte ich mir jetzt gerade schon mal... Holen wir uns ein Vermögen. Also ich hätte dann schon mal den einen Gehol... Äh, den Feuerteufel geholt. Ich seh' ihn! Weg! Oh, die Reifen fliegen alle auseinander. Sehr interessant. Runter! Hm. Bleib entlassen. Hier ist bloß, wenn ihr in der Schule bleiben soll. Arsch. Okay. Da hätten wir schon mal das Erste geregelt. Hm. Wo ist der Rest von euch? Da waren wir doch schon mal. Sonst würde die Wand ja nicht hier aufstehen. Wie ein Scheunentor. Moment. Moment. Wie viele habe ich erwischt? Oh, Mensch. Kamen von hier Schüsse in die, oder? Nein. So, das sieht doch so aus, als wären... ...fast alle tot. Einige. Die meisten. Wie auch immer. Dann wollen wir doch mal... Weg hier! Das kann alles nicht sein! Da drüben ist einer! Okay. Ich sehe hier gerade gar keinen, deswegen... Ähm... Tun Sie mir nicht weh! Hm. Willst du sterben? Ist das das? Was soll es denn sein? Da kümmern sich dann wohl die anderen mal rum. Schön, das gibt ordentlich Druck. Wir sind immer ziemlich am Ende vom Ende, deswegen... ...kann man das jetzt wahrscheinlich ganz gut abschätzen. So, zurück. Und... ...knapp, aber immer noch im Rahmen. Ab sofort gehört dieser Laden mir. Okay, das Geschäft gehört Ihnen. Aber vermasseln Sie es nicht. Dankeschön. Ja, komm. Scheiße, wir sind gezingelt. Denk nicht mal dran. Ach, Herr. Bitte. Unbewacht. Das bedeutet... Wow, 22 Leute kann ich hier einstellen. Das frisst fast meine Geldreserven mittlerweile. So viele Leute einzustellen. Boah. Nicht... Ja, natürlich ist es jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt hier... Dieses Geschäft ist ein großes Stück vom Kuchen. ...abbrennen muss, aber... Naja, so will es der Auftrag, oder? Ist nur die Frage... Wo... ...setze ich das Feuer an? Das müsste ja hier vorne irgendwo... ...irgendwo hier müsste es ja sein mit dem Feuer. Ich kriege hier eine Gänsehaut. Irgendwas ist da. Ach nee, warte einen Moment. Hier muss ja irgendwo ein Benzintank sein. Das ist doch eine Tankstelle, oder? Benzin, 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 Benzin... Ähm... Ja, das Dynamit... ...das brauche ich aber nicht. Kriege ich das hier auf? Nee, ich bitte nicht. Nee, das ist zu... Ich berechne Zinsen, weißt du. Ah, draußen im Hof müsste es sein. Einer von denen... Einer von den Tanks vielleicht? Ich bin mir nicht... Ah, die gingen doch alle beide kaputt. Ich bin mir nicht... ...hah. Wie soll man hier denn bitte Feuer legen? Das geht doch gar nicht. Merkwürdig. Kann man hier irgendwo... Okay, vielleicht kann ich den Auftrag ja abbrechen oder so. Bombe. Ah, doch, Bombe. Okay. Ja, Bombe ist natürlich klar, wo das ist. So. Gut. Meine Leute. Dann haue ich mal einen Ingenieur raus und... Nehme den... Ach nee, der ist ja immer noch in der Verteidigung. Ähm... Wo ist das denn? Das ist hier. Ganz am Arsch der Welt. Ähm... Ja. Alles da hin. Das bedeutet nämlich, dass die innerhalb von... Nicht allzu lange fertig sein sollten. Mhm. Einer wurde verletzt. Das ist natürlich nicht so schön. Aber es kommt immer wieder mal vor. So war es eigentlich viel einfacher. Wow. Hm. Ich hätte nie gedacht, dass ich so endet. Hoffentlich ist niemand verletzt. Heilige Scheiße! Hm. Es wurden hier echt schon... Zwei Leute verletzt. Hm. Achso, äh... Warum ich das jetzt gerade mache? Einfach, weil ich's kann und meine Leute mir helfen. Wenn die Polizei denn dann mal kommt. Wow. Langsam ist es echt was Ernstes hier. Ich muss nur abdrücken! Los! Wunter mit der Affe! Hm. Hm. Ja, warum ich das so an sich mache, ist... Ich brauche Munition. Das ist relativ simpel. Und die Polizei, äh... Hat oft was an Munition dabei. Wo? Hm. 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 Oder man macht's so. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Ähm. Ja, verhaftet. Schön. Oder auch nicht. Ja, zwei... ...gemachte Männer eliminieren. Das kommt... ...sobald der Kampf... ...in dem einen Laden vorbei ist. Woanders. Ah, in einem Diamantenladen. Ah, ja. Wir haben's geschafft. So, das bedeutet... ...nein, das war nicht meine Absicht. Falsch den Knopf gedrückt. Äh, ihre Familie. Zum Team. Ja. Und auch zum Team. Na ja, gut. Das sind ja auch die einzigen beiden, die noch gerade übrig sind. Also von daher. Hm. So, dann fahre ich mal in die Richtung hier. Da finden wir vielleicht auch was. Da finden wir zum Beispiel einen gemachten Mann. Obwohl, Moment. Moment. Bei den gemachten Männern will ich dann doch einen der... ...höheren Jungs erwischen. Zum Beispiel den hier. Ach, ich muss ihn ja nur von der Klippe werfen. Das ist ja auch nicht langweilig. Ähm. Hm. Okay, erledigen wir dir erstmal den einen Kerl. Und dann... Hu! Aus godt.